Ich bin Susi und ich bin völlige Einsteigerin beim Thema Procreate und ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den verschiedenen Ebenen machen soll. Stefan, hast du vielleicht einen Insider-Tipp für mich? Ein Erfolgsgeheimnis für den Workflow in Procreate ist das Arbeiten mit Ebenen. Aber was, wenn ich mich mal auf eine Ebene konzentrieren möchte und alle anderen ausblenden will? Da gibt es einen Trick. Und zwar zeige ich ihn euch hier anhand von unserem Trainingslogo. Ich gehe in die Ebenenpalette, klicke hier auf die entsprechende Ebene, die ich Solo sehen will und dann gibt es hier so einen ganz kleinen Parken, eine Checkbox. Da klicke ich länger drauf und schon sind alle anderen Ebenen ausgeblendet. Ich will alle anderen wieder sehen, kein Problem. Ich klicke nochmal auf diese Checkbox und unser Logo ist wieder da.